So, wir sind zurück, wir werden unser Auto nicht upgraden und wir haben jetzt ein Rennen, das ist United States of America, das ist die Vereinigten Staaten und das ist überholen schon ein bisschen schwieriger und wir schauen mal, wir schauen mal, was wir da reißen können. Wir starten mal die Qualifikation. Ich glaube, prinzipiell wird es hier nicht so mega laufen. Ich denke, wir werden jetzt mittlerweile unsere obligatorischen Ergebnisse halt einfahren. Ja, so sieht es aus, 16 und 21. Das ist so das, was man, glaube ich, erwartet von uns und ja, da müssen wir mal gucken, was da noch möglich ist. Also hier haben wir erstmal einen Platz gewonnen und verlieren auch gerade den nächsten. Also Stop waren Runde 14, werden wir eventuell vorziehen müssen. Mit den Reifen wird das nicht passen. Und ich würde mir schon wünschen, dass wir hier mal ein bisschen weiter vor wieder kommen. Aber wir haben eher Probleme, also wir machen das mal so und so, einfach mal komplett konfus. Wir müssen mal gucken, an Grosjean geht es vorbei und auch an Peres. Also für ihn läuft es hier wirklich gut, da kann man nichts sagen. Er kämpft hier um Platz 22, wie man sieht. Und wir sind jetzt schon wirklich ein guter 14er. Und die Phones sind ja auch noch da. Also es ist ja nicht so, dass die verloren sind, die Plätze. Die können wir noch alle kriegen. Und da müssen wir mal gucken. Also Punkte, puh, Punkte sind vier Sekunden. Das ist schwer. Also Punkte wird schwer werden. Punkte glaube ich jetzt nicht. Wenn wir diesen Rennen nicht kriegen, das Problem ist, jetzt wird uns auch Science aufhalten. Das ist eh immer ein großes Problem, dieses Aufhalten. Obwohl noch hält er uns nicht auf, weil er wieder ein bisschen beschleunigen kann. Wir sind Runde 12 dran, beziehungsweise Runde 11. Und jetzt hält er Science auf. Ja, da hat es gekracht, das Schutzschild. Science ist auf Blockieren eingestellt. Das ist natürlich schlecht für uns. Das müssen wir sagen. Eventuell müssten wir dann noch eher in die Box kommen. Das gibt es ja gar nicht, dass er so zickzack fahren kann. Was ist denn das? Komm, push. Push hard now. Das bringt gar nichts außer Reifenverschleiß. Okay. Dann lassen wir es. Ja, wir haben 30 Sekunden nach 12 Runden Rückstand. Das ist glaube ich okay. Jetzt nicht überwältigend, aber okay. Und Miller ist letzter. Aber war schon eine Box. Wir fahren jetzt in die Box. Und haben auch ein bisschen Glück, wo wir rauskommen. Total freie Fahrt. Dort kann man jetzt ein bisschen pushen. Das wird uns ein bisschen helfen, da ranzukommen an die vorne. Und dann sind wir da direkt im Duell. Und dann gehen wir auf Normalattacke. Und dann sieht das doch schon ganz gut aus, muss man sagen. Bereinigte Boxen-Stop-Fenster haben wir jetzt. Jetzt können wir sagen, wo wir sind. Vor Alonso auf Platz 13 dürfte das sein. Nazre ist da vorne noch. Oh, wir sind auf 12 sogar. Also müssen wir mal gucken, was noch drin ist. Momentan sind wir gut im Rennen. Ich glaube, wenn das so weitergeht, sind Punkte vielleicht drin. Da muss man jetzt mal gucken. Und es gab noch kein Ereignis in diesem Rennen. Das muss man ja auch mal positiv erwähnen. Und Nazre ist hinter uns, der in der Box war. Der eh weiter weg war. Also da würde es vielleicht Sinn machen, den wirklich aufzuhalten. Und hier ist auch Ray Köhnen, der gerade in der Box war. Also selbst den haben wir schon eingeholt. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist echt super. Er fährt auf einer anderen Strategie und wir werden da nicht mithalten können. Das ist klar. Aber das ist schon nicht schlecht, was der da macht. Und Ray Köhnen geht da vorbei. Und wir sind wirklich auf Platz 10. Also jetzt 11 meine ich, 12 jetzt. Wir fahren da vorne mit. In Runde 27 geht es in der Box. Das heißt, wir können hier auch noch ein bisschen attackieren. Irgendwie hat er hier besonders gute Reifen diesmal erwischt. Aber auch das muss natürlich sein. Und wir attackieren jetzt sogar Ray Köhnen und gehen an Ray Köhnen vorbei. Das ist ja unglaublich. Und Nazre fährt Zickzack. Nazre fährt Zickzack und dadurch kommt hinten Peres vorbei. Also es läuft nicht so ganz rund für uns. Das muss man vielleicht festhalten. Das ist nicht so, wie es hätte sein können. Jetzt kommen wir da wirklich vorbei. Und ich hoffe, wir kommen auch am Verstappen. Ne, Verstappen nicht. Wir sind auf Platz 11. Aber Verstappen verliert am Boden. So, und jetzt sind wir da vorbei. Jetzt sind wir vorbei und sind auf Platz 9. Wir sind auf Platz 9. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Und eigentlich müssten wir doch langsam in die Box kommen, oder nicht? Also wir orientieren uns weiter nach oben. Und Vettel hat die WM-Führung. Stand jetzt. Und wir gucken mal, wir sind hinter, oh Gott, wir sind hinter Peres auf Platz 15. Ja, da muss man sagen, wir rechnen mal mit einer Überrundung von uns. Da kann man mal von ausgehen, dass wir eine Runde weniger fahren müssen. Darum ziehe ich den Fahrer ein bisschen eher in die Box dann. Und jetzt gerade gucken wir mal, was da halt möglich ist. Wir werden versuchen, Peres zu überholen, der momentan guter Elfter ist. Also, Pünktchen sind drin. Hier ist Magnussen und hier sind wir. Also, wir sind schon dran. Also, Pünkte, ein Pünktchen ist durchaus drin. Runde 41. Und hier unten ist völlig egal, was da passiert. Das ist katastrophal. Vergesst es einfach. Ich wünsche mir da viel Spaß im neuen Team. Und Überrundung gab es bis jetzt auch kaum. Also, ja, muss man gucken. Man kommt nicht ganz ran an die vorne. Das ist so ein bisschen das Problem. Also, es sind Punkte nach wie vor möglich. Ich schätze mal, es sind so ungefähr 5 bis 7 Sekunden. Aber, man muss halt auch sagen, hier kommt Verstappen. Und wir müssen uns auch nach hinten orientieren. Aber Runde 41 ist vielleicht sehr hart. Also, das Rennen wird am Ende nicht so positiv laufen wie gedacht. Platz 12 ist gut im Übrigen. Wir sind jetzt Elfter sogar. Das ist schon prinzipiell sehr gut. Aber, man muss halt auch schon sagen, es geht auch besser. Es geht auch besser. Und, ähm, jetzt sind wir wieder zwölfter. Gleich kommt der Boxenstopp. 41. bei beiden. Ne, R40, R41. Aber das bringt ja auch nichts. Das ist ja auch Rumbug. Er ist ja am Ende. Und Verstappen hat uns auch überholt. Gut, also, da muss man sagen, ist Platz 13 immer noch super. Aber, natürlich kein Traumergebnis mehr. Das muss man halt auch ehrlich sagen. Und Verstappen war mit uns leider in einer Runde in der Box. Und wir haben nur einen 90-prozentigen Reifen bekommen. Also, auch da haben wir ein bisschen Pech jetzt zum Schluss. Wir hatten zwischenzeitlich einen sehr guten Reifen. Wir überrunden jetzt Haryanto. Und vor uns ist auch Hültenberg. Also, das ist prinzipiell... Oh, Hültenberg fährt in die Box. Damit sind wir das Problem, in Anführungsstrichen Problem, auch los. Und sind erfolgreicher 13. Also, mit den Punkten... Ich lege mich fest, wir kriegen keine Punkte. Das ist vorbei. Wenn jetzt ein Safe-Leaker kommen würde oder so, vielleicht noch. Aber prinzipiell... Eigentlich glaube ich es nicht. Und man muss auch sagen, wir sind kurz davor, überrundet zu werden. Hamilton ist direkt hinter uns. Aber das war ja strategisch eh geplant, dass wir überrundet werden. Das war in der Taktik eingeplant. Und wir werden am Ende wirklich 13. sein. Also, wenn jetzt das Safe-Leaker kommen würde... Ja, also jetzt quasi, wo Hamilton an uns vorbei ist... Ja, wir wären verdammt. Dann, sorry. Dann wäre das World Case. Und Hamilton vor Vettel. Also, das ist ja unglaublich. Damit wird Vettel die WM-Führung übernehmen. Und Hamilton... Kommt an Rosberg doch ein gutes Stück näher. Und Miller ist... Ja, der kann machen, was er will. Er ist ein Grottiger-Fahrer. Und er wird auch nie hier an Wehrlein herankommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Miller dreht sich. Nee, er ist sogar ausgefallen. Ja gut, dann lohnt es sich wenigstens ganz. Muss man ja sagen. Und Vettel hat sich gedreht. Vettel hat sich gedreht. Aber das heißt auch nichts. Ja, wir fahren jetzt hier das Rennen unspektakulär zu Ende. Rosberg wird uns vielleicht noch überrunden. Das spielt aber auch gar keine Rolle. Ist eigentlich auch egal. Und ich würde sagen... Wir können halbwegs zufrieden aus den Staaten rausgehen. Immerhin haben wir Platz 13 aus eigener Kraft erfahren. Es hätte ja auch sein können, dass man das nur aufgrund von Ausfällen und Glück und so weiter. Aber das haben wir aus eigener Kraft geschafft. Und dann ist Platz 13 momentan gut, würde ich sagen. Wirklich gut. Und wie gesagt, es gewinnt Hamilton vor Vettel und Nico Rosberg. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal kurz an, wie das in Zahlen aussieht. Wir haben erst 50 Punkte. Das nächste Rennen ist der große Preis von Mexiko. Sehr auf Kurven. Der könnte uns eventuell liegen. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, sauber wird nächste Saison schwach sein. Im Übrigen, das gefällt mir in dieser App auch sehr gut. Und nur, weil man in einem Ferrari oder Mercedes sitzt, im Übrigen Vettel, ganz knapp vorbei auf Platz 1. Und das Drei-Rennen-Vorschluss verliert Nico Rosberg oder Vier-Rennen-Vorschluss verliert Nico Rosberg die Führung. Unglaublich. Das muss man sagen, diese App ist das Schöne, wirklich, dass die Fahrer auch die Teams wechseln, dass nicht ein Fahrer ewig bei dem selben Team ist. Gibt es vereinzelt, ist in der Realität ja auch so, aber im Großen und Ganzen wird alle 2, 3, 4 Jahre mal gewechselt. Und was es noch gibt, ist, dass die Teams, wenn ich heute in ein Red Bull zum Beispiel bin, kann das sein, dass die morgen um die Meisterschaft mitfahren. Also nächste Saison. Es kann aber auch genauso gut sein, dass zum Beispiel Red Bull mit Reno plötzlich unten kämpft. Und das ist sehr schön, dass es da so Entwicklungsstufen gibt, wie es halt laufen kann oder halt auch nicht. Ja, an dieser Stelle, wir haben alles gesehen. Wir bänden die Aufnahme und dann geht's nach Mexiko. Bis dann, ciao.